Hallo liebe Crew des Raumschiffs Eberswalde. Viele Grüße von der Sternenbasis aus Wilmshaven, hier im Nordwesten des Alpha Quadranten. Ich freue mich sehr ein Teil der virtuellen Tour des Raumschiffes Eberswalde zu sein und habe das große Vergnügen euch etwas über meinen Besuch bei den Paramount Studios in Los Angeles zu berichten. Es sind die Studios, wo Star Trek entstanden ist. Mit der Erstausstrahlung von The Next Generation begann ich mich mit Star Trek zu beschäftigen. In den letzten Jahren hat sich dann herauskristallisiert, dass das Reisen an die Originalschauplätze mich noch mehr an die Serie hat heranbringen können. Und das hat im Grunde genommen dazu geführt, dass ich mir diese Ausstellung nach und nach aufgebaut habe. Viele Kostüme, aber auch Requisiten sind heute bei mir in meinem kleinen Holodeck, wie ich es nenne. Und das macht es für mich immer wieder zu etwas Besonderem, diese Ausstellung mit meinen Besuchen in Los Angeles in Verbindung zu bringen. Und ich freue mich sehr darauf.